Eine große Verantwortung liegt nur noch auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist ein geschwätzter Schweinepfiff. Mitleid ist eine Ursünde, ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verraten gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel prampe in jedem Außenseiter als Gemeinschaft fremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße viele Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen Bayer-Dotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und der reich ausgerechnet Himmler. Getreusende, Betreu. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja! Aber Himmler. Ja, ist das jetzt wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank! Ja, vielleicht schon dort! Danke. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir Fegelein! Mein Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will zur Fahrzeugebericht! Sie bleiben, Doktor, bitte! Sie und Greim müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dolmets. Teilen Sie mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Hut zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Aber Himmler muss sterben! Er hat Verrat geübt! und Herr, ich hoffe, ihr Nadal, was solltet Ihr. Untertitelung des ZDF, 2020